Worte in den Titel gepackt, um das dann möglichst gleich mit viel nicht sprachlichen Medien wieder beizupassen. Schlagbildkatalysator Bergsport heißt das Ganze oder Medialisierung eines Mediums. Das klingt schon mal etwas seltsam, aber ich hoffe, dass es sich in den nächsten paar Minuten etwas auflöst. Beginnen wir nämlich mal mit Begriffen Medien, Medialisierung, Macht, als die drei M's, um die es geht. Medien kommt ja von Medium, die Mitte, das Zwischen, das, was zwei Seiten ein Stück weit trennt und verbindet zugleich. Medien sind ja keineswegs nur Print-Erzeugnisse oder irgendwelche digitalen Devices, sondern Medien sind im Prinzip alle Scharniere, die in einem Zwischen funktionieren und die Träger von etwas werden können. Insofern würde ich das etwas weiter fassen als du. Ich glaube nicht, dass das Wort das einzige Medium ist. Es gibt da sehr viele andere Medien, die durchaus auch ihre Tragfähigkeit haben, aber eben für sehr unterschiedliche Dinge. Medialisierung ist ein Begriff, der längere Zeit, im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen schon Karriere gemacht hat. Und Medialisierung ist nun sehr viel spezifischer in seiner Verwendung, denn damit ist in der Regel gemeint, dass Medien im Sinne dieser Mitten, dieser Scharniere, einen wesentlichen Beitrag darin übernehmen, soziale Konstellationen in Konstellation zu bringen. Es sind also, wenn man so will, die Punkte, die Referenzpunkte, die Ankerpunkte, die Verknüpfungspunkte, an denen sich soziale Konfigurationen ausbilden. Und dann kommt die Macht, die Macht ist nicht die Herrschaft, sondern Macht kommt von Machen, etwas Machen, Macht haben heißt etwas machen können, und diese Medialisierung heißt, dass hier in der Mitte, in dem Scharnierbereich, etwas gemacht wird, mit dem die soziale Konfiguration außen herum bilden. Das einmal als kleiner Basishintergrund zum Thema Medien, Medialisierung, Machen, Macht der Bilder, auch das ein nicht ganz ungeläufiger Begriff. Wir kommen da, denke ich, auch nochmal darauf zurück. Ich möchte jetzt mit zwei Bildern beginnen, die vermutlich alle kennen und die meines Erachtens in ganz eigenwilliger Weise ihre Macht zeigen, denn ich brauche da nicht viel denken oder sagen, das Bild spricht für sich. Wer kennt das nicht, dieses Bild? Das ist der Infinity Pool am Königsbachfall, das ist der Königssee unten. Dieses Bild hat Karriere gemacht, weil es eins der drei, vier Best-of-Motive ist, dass es auf Instagram geschafft hat und weltweit viral durch die Geng gegangen ist mit der Konsequenz, dass mittlerweile im Netz alles zu finden ist hinsichtlich der Wegbeschreibung, wie man da raufkommt. Es gibt keinen offiziellen Weg und in Verbindung mit diesem Vorgang ist nicht nur mitten im Nationalpark mittlerweile quasi eine neue Kleinautobahn entstanden, sondern es ist massiv die Zahl der Rettungseinsätze nach oben geschossen. Es sind gerade noch vor ein paar Wochen zwei Herren, drei Gumpen weiter unten, ertrunken, die da raufgegangen sind und meinten, sie müssen schwimmen. Also keine schöne Geschichte, aber eine, die viel zu tun hat mit der Macht dieses Bildes und der spezifischen Art und ich denke, darüber werden wir auch noch reden, wie diese Macht sich heute verbreitet, wie sie sich durch die mediale Konstellation, die wir haben, auch in Wirkung bringt. Ein zweites Bild, das kennen sicher alle, sehr aktuell. Auch ein Bild, das interessant, wenn man darüber redet, bei allen sofort funktioniert. Also dieses Bild scheint so etwas zu haben wie eine Spontanentrüstungskraft. So, eh klar. Die haben es ja nicht mal alle. Auch da kann man sagen, wir können jetzt sicher drei Stunden darüber reden, was Massen, Bergsteige, Tourismus, wie auch immer man das nennen möchte, am Everest alles für Folgen hat und wie befragungswürdig es ist. Aber hier reicht einmal drauf zu schauen und die Sache breitet sich aus. Und das ist eine spezifische Kraft, die Bilder haben. Sie schaffen in einer Unmittelbarkeit der Anschauung uns die Fülle der Merkmale eines Phänomens, das ist eine Aussage von Alexander Baumgarten, dem Philosophen, der im 18. Jahrhundert die Disziplin der Ästhetik begründet hat, die uns die Fülle der Merkmale eines Phänomens sofort augenscheinlich werden lassen, anschaulich werden lassen. Gut, gehen wir jetzt aber einen kleinen Schritt in unseren Themenfokus zurück. Echoräume der Imagination. Damit Bilder funktionieren, so wie diese beiden, vor allen Dingen jetzt das Letzte, braucht es natürlich etwas. Die funktionieren nicht einfach, weil sie sind, wie sie sind und wir sind, wie sie sind, wie wir sind, ohne dass es da im Vorfeld irgendwelche Musikalitätsaufbauten gab. Und die Echoräume der Imagination der Bilder, mit denen wir hier, wir sind beim Alpenverein, wir haben 150 Jahre auch Bildproduktion durch diese Organisation, die Echoräume, aus denen heraus genau diese Disponibilität für Bilder entsteht, das sind diese. Du hast ein paar schon angesprochen, Rudi, davon, aber das, was quasi die Berge im Sinne der Alpen jetzt hier gesprochen, für uns so augenscheinlich werden lässt, wenn wir bestimmte, ich komme gleich dazu, Schlagbilder dazu sehen, das sind Reiseberichte, das sind Erzählungen, das sind Vorstellungen, wie, da ist der Hannibal am Start, da ist der Mont Blanc bestiegen, da ist der Gotthard Pass, da sind aber eben auch Hallers Alpengedicht, da sind Bilder wie Eiger, Nordwand, Alpenreisen, italienische Reise, es hat sich über Jahrhunderte so ein Gewebe gelegt, das quasi durch das Hin und Her von außeralpinen Bevölkerungen durch alpine Zonen hindurch Geschichten verteilt hat. Die haben so etwas wie ein aufgebautes Netzwerk, ein Resonanzgeflecht, wenn man diesen Begriff hier mal aufgreifen will, der Konjunktur hat gerade, gebunden haben und genau das wird aktiviert, wenn bestimmte Bilder dazukommen. Und da vielleicht eine kleine Veranschaulichung dessen, was gemeint ist, Bild hat im Englischen zwei Worte, Picture und Image. Im Deutschen haben wir diese Unterscheidung nicht. Diese Unterscheidung ist aber sehr interessant und sie ist durchaus auch sehr relevant. Von einem Bildtheoretiker, Morris, gibt es den Satz, you can hang a picture, but you can't hang an image. Also ich kann das Bild aufhängen, aber die Vorstellung, Image, was im Deutschen auch Bild heißt, die Vorstellung, das Image, das kann ich nicht aufhängen. Das Image geht genau in diese Weiten, in diese Netzwerke des Imaginären, des Einbildens, die irgendwo gebaut werden. Und unsere alpin-bezogenen Netzwerke sind diese nebst vielem anderen. Aber das ist, glaube ich, etwas, woran wir anknüpfen müssen. Wir können da jetzt beliebig, sagen wir mal, historisches Material investieren, um dieses Netzwerk noch zu verdichten, um diesen Resonanzraum noch mehr auszukleiden. Ja, und wenn wir Picture-Image haben, dann gibt es eben auch so etwas wie Pictures, die in ganz spezifischer Weise Images anknipsen können. Und wir kennen das Schlagwort, den Begriff, und wo Schlagworte sind, dann gibt es auch Schlagbilder, genauso wie es Stereotype gibt, gibt es auch Visiotype. Und Schlagbildinventare, die genau dieses Reservoir an Vorstellungen, die sich historisch aufgebaut, vernetzt ein Stück weit als eine Mitte des Miteinander-Erinnerns, Denkens, Identitätbildens da sind, diese Schlagbildinventare, die sind mit Blick auf den Alpenraum, meine These, sehr überschaubar. Aber extrem stark in der Wirkung, weil sie ein riesiges, diffuses Feld von Assoziationsdynamiken in Gang bringen. Nehmen wir mal hier bei uns daheim, das Bild ist bekannt, ich habe mir jetzt gespart, daneben einfach mal eine ganze Reihe von zeitgenössischen Watzmann-Darstellungen zu legen, aus der Werbung, aus was auch immer, das ist das Motiv, der Bildausschnitt aus der Romantik. Geliefert, gemacht, wiederholt, passt. Wir haben solche, das ist auch bei uns, muss ich jetzt kurz sagen, dieses Bild links oben, wahrscheinlich auch bekannt, es ist eines der bekanntesten Motive Deutschlands in der Welt, ich habe das große Vergnügen, wo mein Kulturtheoretikerherz, fast jeden Tag, manchmal ist es auch lästig, dass mein Büro rechts in dem Haus unter dem grünen Baum ist, und das heißt, die Leute, also beim Bildpunkt suchen, häufiger mal vor meiner Tür herum irren, also das ist, denke ich, auch so ein Inventar, was sehr gut funktioniert, damit wird ganz viel angeknipst, was auch immer das mit der Welt zu tun hat, heute funktioniert. Und das finden da, also das finden tolle, es ist ein großes Theater da links oben, das ist wirklich sehr spannend. Gehen wir weiter, auch das ist so ein Teil des Bildinventars, das wir haben, auch das sind Schlagbilder für die, das kann sich jetzt jeder überlegen, was da kaskadierend im Kopf losläuft, wenn man da drauf schaut, welche Assoziationsdynamiken in Gang kommen, all das sind Schlagbilder, wir können denen noch einige anfügen, aber ich bleibe bei der These, das Repertoire an Schlagbildern ist nicht so wahnsinnig groß. Wir kommen da gleich drauf zurück, und das ist vielleicht auch eine Diskussion, die interessant wird, dann nachher mal mit der Art und Weise, wie ihr zum Beispiel eure Titelbilder auswählt, da ist es so interessant, redundant, ich wüsste gern mal, welchen Algorithmus man einsetzt, wie häufig man den Watzmann draufbringen darf und so. Gut, aber damit das funktioniert, also damit diese ganze Dynamik in Gang bleibt, braucht es Treibstoffe, gibt es aber auch Treibstoffe, und diese Treibstoffe funktionieren ein Stück weit von selbst, die funktionieren aber natürlich auch dadurch, dass sie wunderbar getankt, betankt werden können. Also wir haben Treibstoffe, das sind wiederum ein Stück weit historische, dieser Art, auch da wird gut befeuert, wenn wir uns dem aussetzen, wenn wir uns dieser Anschauung anvertrauen, da wird viel ausgelöst, ich sage da jetzt nichts dazu, das kann sich jeder selber überlegen, wir haben das in zeitgenössischer Form, also wirklich, tut mir leid, diese Anekdote muss ich jetzt zufügen, ich habe versucht, diese Bilder gleich groß zu kriegen, der Messner ist einfach breiter, es ließ sich nicht, ich hätte ihn beschneiden müssen an der Seite, mit einem gewissen Vergnügen hätte ich auch den Messner beschnitten, aber seine Buchstaben sind so ans Ende gedrückt, in der Breite, dass man das nicht tun kann. Also es ist interessant jedenfalls, das übersieht ja hier, ich meine, der Hohneut ist auch ein schmalerer, aber ich finde es jedenfalls interessant, wie sich da schon viel zeigt, auch überhaupt diese ganze Art der Darstellung. Also da könnte man jetzt viel über Messner erzählen, was auch immer man von ihm hält, aber das sitzt. Ja, wir haben weitere Treibstoffe, das könnte man jetzt auch die letzten 150 Jahre durch mit unterschiedlichen Motiven belegen, die sind von der Art der Inszenierung etwas unterschiedlich, aber vom Inventar her nicht so weit weg. Es verhandelt sich, auch das vielleicht noch als kleine Fußnote, in den Alpen, deshalb sind sie so spannend als Kulturphänomen. Die Alpen sind, und da komme ich zum Titel, ein Medium, in dem sich jeweils Gegenwart verhandelt. Die Gegenwart weht so quasi übers Flachland und in den Alpen bleibt sie hängen, so wie der Föhn. Das ist so etwas wie ein Phänomen, Föhn der Gegenwart. Und insofern zeigt sich in der Art und Weise, wie am Berg gelebt, wie am Berg gehandelt, was in Bezug auf Berge angeboten und gesucht wird, ganz viel über Gegenwart. Und da erklären sich dann auch so Begriffe wie Sehnsuchtsorte. Es zeigt sich eigentlich immer, was ist denn eigentlich die Frage, auf die die Berge die Antwort geben, wofür sind sie das Kompensat. Das waren sie vor 150 Jahren für die bürgerliche Gesellschaft, das sind sie heute, wenn ich mir das anschaue, draußen zu Hause, raus aber richtig und so weiter und so weiter, für eine Gesellschaft, die offensichtlich mit ihrer totalisierten Urbanität beginnt, Schwierigkeiten zu bekommen. Das wäre vor 150 Jahren vielleicht nicht das Motiv gewesen, aber mittlerweile auch Teil, denke ich, des Imaginären. Ich habe noch gesucht, da habe ich nicht irgendwie so typische, also so ausgestellte Märtyrer-Gesichter gibt es manchmal in so Trailrunning-Darstellungen. Da habe ich jetzt keine guten gefunden. Das auch, Thema habe ich für euch ausgesucht. Das ist ein Thema, ich dachte das vielleicht, man redet ja hier gerne über die Rolle der Mountainbiker. Und dann, das hat einen gewissen familiären Hintergrund, meine Familie stammt nicht aus der Berchtskerne, sondern aus der Dachstein-Ramsau und das ist Teil der Dachstein-Werbung. Auch das finde ich interessant, weil da zeigt sich relativ viel. Dieses Bild sehe ich und weiß ziemlich genau, was so los ist gerade. Also steht ganz schön für sich. Gut. Nächster Punkt, Autorenschaft. Wir haben jetzt Schlagbilder gesehen, wir haben gesehen Treibstofffaktoren, die quasi durch bestimmte Bilder in die Anschauung und damit auch in den Diskurs kommen. Jetzt ist die Frage, wer sind denn die Autoren der Bilder heutzutage? Wer ist denn zuständig dafür, diesen Treibstoff zu distribuieren? Wer ist dafür quasi auch ein Stück weit, ja, was soll man sagen, wer ist der Träger, der Interessenträger? Und wer hat da quasi welche Verhältnisse im Machen, Machen, Macht. Wer hat die Möglichkeit, mit den Bildern etwas zu machen? Wer hat die Macht über die Bilder? Kann man sagen, gut, fragen wir mal, sind das die, jetzt kommt wieder was für ein Alpenverein, sind das die klassischen Printprodukte? Ich habe zwei Leute, die sich nicht in dem Feld bewegen, gefragt, als ich das gezeigt habe, könnte ich mir sofort sagen, welche nicht kommerziell sind. Es tut mir leid, aber es konnte keiner sagen. Es sind zwei nicht kommerziell. aber, ja, kommt, also, auch das, wir haben ja noch mehr alpine Vereine in den Alpen, unter anderem einen in der Schweiz, und das rechts oben ist das Magazin der Schweiz, das ist im Übrigen in einer maximalen Hochglanzausgabe immer, aber gut, also sind das die Autoren? Ich stelle das als Frage, ich will das jetzt nicht beantworten, oder sind eher das die Autoren? und zwar sage ich jetzt nicht, weil du da bist, das finde ich super, wenn wir das diskutieren können, aber hier Magazin TV online, also es ist eine ganz neue Form der Mischung, wo ich auch, und das meine ich völlig ohne ironischen Unterton, schon sagen muss, dass Red Bull Media und das Label Servus eine wahnsinnige Kohärenz zustande bringt, mit Blick auf das Verschränken von Musikalitäten eines Empfängerhorizonts, der Lenkung einer bestimmten Form, und ich sage es jetzt dann doch auch offen, von Betulichkeitsprofessionalität und der Mixed-Cross-Media-Bespielung, und das geht ja schon los bei irgendwelchen Experten, die da gesponsert sind, da als Experte auftauchen und so weiter, das ist einfach eindrucksvoll. Also sind das die neuen Autoren? Cross-Media, die in dieser Weise alle möglichen Ebenen spielen und auch ökonomisch sehr professionell vernetzen und mit Kohärenz umgehen können, im Zeitalter einer nicht mehr eindimensional geführten aufmerksamkeitsökonomischen Steuerung. Sind das die neuen? Es ist ein herausgenommener Bergblock, so ein halb privater, wo Testberichte sind, wo aber auch inhaltliche Beiträge sind, wo man die Checkliste, wie packe ich meinen Rucksack für die kleine Sommerwanderung, die mittlere Sommerwanderung, die anspruchsvolle Winterwanderung drin sind und so weiter und so weiter. Sind das diejenigen, die heutzutage über die Bilder, die Vorstellungen, die Medien rund um den Berg entscheidend verantwortlich sind? Oder sind es diese? Also Outdoor Active wird auch allen bekannt sein, wo wir aber auch ein ganz interessantes Mischformat finden, das hat ja mal gestartet, wenn man so will, als ein Kartenangebot, dann kamen Touren rein, dann wurde es interaktiv, mittlerweile lebt das ganze Ding ziemlich und ich habe letztlich festgestellt, als man auf diesen Professional Modus, den Bezahlmodus umwechseln musste, dass es überhaupt nicht möglich ist, mich da als Profil wieder rauszuholen. Also ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass andere Menschen sehen, welche Touren ich mache, aber es ist gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen und die Knöpfe zu finden, die es mir ermöglichen, zu sagen, das, was ich mir selber angeschaut habe, können jetzt nicht andere anschauen und mir zuordnen. Also da ist man nach gerade zur Vergemeinschaftung gezwungen, es mag ja sein, dass die Zukunft der alpinen Vereine auf diese Strategie der Integration der Mitglieder ausgerichtet ist. Nein, das war böse, Entschuldigung. Oder sind es diese Autoren? Also die Eigenautorenschaft braucht es gar keine Medien im Sinne der Mitte mehr, die für jemand als Mitte angeboten wird, sondern macht sich quasi jeder selber aufgrund der Möglichkeiten, eine Technik einzusetzen, zum Redakteur seiner eigenen Selbstdarstellung und damit auch zum Redakteur einer öffentlichen Organisation von Aufmerksamkeit. Rechts oben ist übrigens ein Selfie vom Canyoning. Finde ich auch toll. Also, er findet es, glaube ich, auch toll. Gut, ich komme damit auch zum Schluss mit der Frage, wer hat denn die Mittelmacht? Und das kann man jetzt in allen Mehrdeutigkeiten, die einem behagen, verstehen. Wer hat die Macht über die Mittel? Wer hat die Macht über die Bilder, aber auch die Macht über die Medien, die diese Mitten machen im Rahmen derer Kommunikation über die Art und Weise, wie wir uns anbergen, mitbergen, inbergen, orientieren, verstehen, sehen. Wer hat das? Wer macht das? Wohin läuft das? Und das wäre jetzt mein Impuls für die Diskussion. und ich hoffe, dass ein bisschen kreativ sein in dem Fall uns weiterhilft. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Jens, für die Impulse. Ich denke, da war jede Menge Spannendes dabei, über das wir hier diskutieren können und auch sollten, weil es sind Prozesse im Gange, die du jetzt aufgeworfen hast, eben, wer ist der Distributator der Geschichten? Sind es die Leute selbst? Sind es die Medien wie mein Verlag, wie euer Verlag? Ich greife gern einen Ball auf, den du in deiner kurzen Ausführung im gewissen Sinne mir zugespielt hast, ohne dass ich das direkt wusste. Es war ja auch ein Cover zu sehen vom Bergsteiger, gerade vorher, links oben, Watzmann. Es ist natürlich so, dass wir uns in der Redaktion auch immer die Frage stellen, was ist das beste Titelbild, was ist das beste Cover? Und Fakt ist, wir wissen, dass wenn wir eine völlig unbekannte Bergregion, und da reicht schon, wenn wir in Piedmont was bringen, also unbekannt aus der Sicht hauptsächlich der Nordalpenbewohner, weil da ist unsere Hauptzielgruppe, Zielgruppe bringen, dann wird das Heft unter Umständen am Markt mau verlaufen und die Verkäufe am Kiosk eher gering sein. Bringen wir aber den Watzmann, dann wissen wir im Prinzip, dass es eigentlich gar nicht schief gehen kann. Das ist nicht immer schön, wir bemühen uns halt, dass wir dann die Geschichte, die dann dieses Bild verspricht, auch so erzählen, dass der Leser auch wirklich einen neuen Erkenntniswert hat und das ist journalistisch dann der Anspruch, dass wir wirklich spannende Geschichten erzählen. Aber das Bild am Cover, das muss funktionieren. Wir probieren natürlich schon immer auch was aus, aber tatsächlich, wie groß ist das Repertoire? Also gewisse Regionen, die werden immer wieder mal kommen und das ist etwas, wo ich jetzt die Frage an den Ball wieder an dich zurückspiele, ist es denn so, dass wir als Menschen in dem engeren Sinne, als Bergfans, als Berggänger, als Bergmenschen, immer wieder die gleichen Bilder brauchen zur Selbstvergewisserung. Da war ich schon, da will ich wieder hin, das ist wunderbar, das ist der Watzmann, das ist der Montblanc, das ist das Matterhorn, ich könnte jetzt die, das ist der Großglockner. Meine Frage, brauchen wir das immer zur Selbstvergewisserung oder warum funktioniert das immer wieder? Ich weiß es nämlich nicht, deshalb würde ich gerne an einen Wissenschaftler die Frage stellen. Also Selbstvergewisserung in dem Sinne, dass man im Souvenir der Wiedererkennung, im Mitgenommenen, dass man in der Erinnerung hat, ein Stück weit Vertrauen darin finden kann, selber zu sein, weil man weiß, dass man da gewesen ist, das glaube ich schon, ist im Übrigen auch das, was ich beim Selfie glaube. Das Selfie wird immer so dargestellt, da will man sich produzieren, nach außen hin, ich glaube die Motivation beim Selfie ist viel stärker, sich in einer nicht mehr zu bewältigenden Form von Erlebnisfolgen selber zu vergewissern, dass man da war. Also das Selfie ist im Prinzip ein Proof, ein Proof der eigenen Existenz momentanen Gewesenheit. Und in diesem Sinne würde ich das auch beantworten, beantworten, ich glaube aber, dass das eine fatale Seite hat, an der wir arbeiten müssen. Creative Alps ist eine Initiative, die genau darauf zielt. Wir brauchen neue Narrative, wir müssen uns eigentlich dagegen sperren und sagen, solange wir die Berge oder die Alpen mit einer Handvoll Gipfeln assoziieren, wird unsere Vorstellung von diesem Raum blockiert bleiben, wie eingesperrt bleiben. und ich denke, es wäre wichtig für die Zukunft der Alpen, auch des Alpinismus, dass wir ein Stück weit den Blick breiten und dafür braucht es dann in der Tat den Mut zu anderen Bildsprachen. Und die haben möglicherweise am Anfang mal echt die Konsequenz, dass weniger verkauft wird. Ja, das ist tatsächlich etwas, was... Ja, vielleicht mal, was ich ja zeigen wollte jetzt auch, ist, dass diese Macht der Bilder, was wir mit einem machen, natürlich schon so ist, dass sie auch den Fokus, die Art, wie wir die Welt sehen, die Voreingestelltheit, mit der wir die Welt dann auch in ihren Einzelheiten erkennen können, ganz stark mitbestimmen. Die machen ganz schön viel. Und wir sind dieser Macht aber nicht völlig ausgeliefert, sondern wir können was da dran drehen. Und ich glaube, die Berge neu sehen zu lernen, die Alpen neu sehen zu lernen, wäre durchaus etwas, das sich lohnen würde. Und da brauchen wir euch aber auch. Absolut. Also wir haben den Mut schon auch, nur der Watzmann ist jetzt ein Beispiel dafür gewesen, weil du es ja auch angesprochen hast, dass wir immer wieder mal Geschichten bringen, wo wir wissen, dass sie funktionieren, im Sinne auch vom Verkauf am Kiosk. Am liebsten hätte ich dreifach so viel, Abonnenten, dann müsste ich mir die Frage nicht stellen, aber jeder Verlag, jedes Magazin muss natürlich auch die Wirtschaftlichkeit erfüllen. Und das ist im Printmarkt keine Neuigkeit, dass es nicht unbedingt immer einfacher ist. So viel dazu. Ich würde jetzt gern auch zu etwas kommen, was diese Medialität immer schon dargestellt hat, im Bergsport oder damals weniger als Sport, sondern vielleicht als große Herausforderung gesehen wurde. Also wenn man in den 1930er Jahren, wenn man in die zurückgeht, dann gab es damals eben auch Schaulustige, nenne ich sie mal, die dann von ihren Hotelterrassen auf der kleinen Scheidegg den Expeditionen oder den Seilschaften zugeschaut haben mit Fernrohren, wie sie sich in der Eiger-Nordwand plagten und zum Teil auch zu Tode gekommen sind. Das ist die Frage an Ines. Heute gibt es natürlich Livestreams aus den Basislagern, es gibt Posts vom Gipfelanstieg, es gibt die Selfies vom Gipfelsieg in Anführungszeichen. Wir benutzen solche Ausdrucke eigentlich nicht, aber man findet das natürlich im Netz oder die Bezwingungen der Berge, das ist auch nicht unsere Sprache jetzt im Magazin, aber es ist die Sprache im Netz. Ist denn im Prinzip diese Schaulust in den 30er Jahren und die heutige ich möchte jetzt nicht sagen Voyeurismus, aber es geht ein bisschen in die Richtung, ist das das gleiche Prinzip für dich oder hat sich da fundamental was verändert? Ich glaube, das können alle bestätigen, es hat sich fundamental verändert, denn wer zur Eiger-Nordwand gefahren ist, um sich das Spektakel anzuschauen, der hat sich auf die Reise gemacht, der musste sich in Zug setzen, da hochlaufen oder aufs Fahrrad setzen und das war eine Anstrengung, eine Mühe und da waren keine Massen, schätze ich mal, also das waren überschaubare Mengen von Menschen und die haben sich auch die Zeit genommen und das, um das live mitzuerleben und heute ist traurigerweise der Antrieb für viele Bergsteiger und das habe ich selbst beobachtet, einen Gipfel zu besteigen, ganz klar das Bild am Gipfel auf den sozialen Netzwerken zu kommunizieren und ich frage mich, wie viel, ich weiß es nicht, aber ich frage mich, wie viel Prozent von denen, die da an unserem höchsten Berg der Erde in der Warteschlange gestanden sind, wie viel sind aus dem Grund darauf gestiegen, um sich irgendwo zu posten, um den anderen zu zeigen, ich bin ein besserer Mensch, aber in Wirklichkeit ist der gar kein besserer Mensch, in meinen Augen wäre er ein besserer Mensch, wenn er schreiben würde, was ihn das gekostet hat, wie viele Sauerstoffflaschen da hochgetragen wurden, wie viele Sharepads wurden eingesetzt, ist er mit Hubschrauber hingeflogen, rausgeflogen, all diese Dinge, diese Ehrlichkeit in den sozialen Netzwerken, finde ich, ist eine Herausforderung für die Zukunft und die Menschheit muss auch, die Followers, die müssen kritischer werden, also da wird gar nicht genau geschaut, wie hat der den Weg dorthin geschafft oder so, inzwischen kann das jeder mit dem entsprechenden Kleingeld und diese Worte zwischen den Zeilen oder das Kleingedruckte wird gar nicht mehr wahrgenommen, sowas gehört in die Headline, das gehört ganz klar kommuniziert und ich nehme mich und meine viele Kollegen aus dem Bergsportbereich da auch nicht aus, wir müssen auch ein bisschen Vorbild sein und nicht ein bisschen, wir müssen Vorbild sein für die Menschheit, nicht nur die Banalitäten zu posten, sondern die Dinge, wie sie wirklich waren und das stimmt mich traurig zu sehen, wie oberflächlich diese Welt geworden ist und natürlich glauben die Menschen alles und nehmen das auch so ganz banal hin und das ist eine ganz interessante Entwicklung, traurige Entwicklung. Und bei diesem Bild jetzt, was den Everest zeigte, das war ja jetzt ein Bild aus der diesjährigen Saison, hat damit zu tun, dass sich eigentlich nur ein wirkliches Wetterfenster, wie man das so schön nennt, aufgetan hat und deshalb die Massen dann alle versuchten auf den Gipfel zu kommen. Um das Bild nochmal aufzugreifen, ich habe mit dem Louis Stitzinger, der selber geführt hat, der ist auch Alpinist und hat eine Gruppe geführt, ein Interview gemacht, das auch demnächst dann im Bergsteiger zu lesen sein wird, der hat ganz ehrlich darüber gesprochen, dass es tatsächlich eine Sache des Geldes ist, dass die Menschen, die viel, also die Kunden, muss man sich ja nennen, die viel ausgegeben haben, hatten zweifache, dreifache Sicherheit, mehr Sauerstoff, als sie eigentlich benötigt haben. Das haben dann die Sherpa mit hochgetragen, das ist eine eigene Frage, ob man dann das wieder gut findet, die werden zwar gut bezahlt, aber mit anderen Worten, wer in der bereit war, 55.000 oder zum Teil bis zu 100.000 Euro auszugeben für eine Everest-Besteigung, der ist auch wieder gesund runtergekommen. Also so hat es sich faktisch dargestellt. Das ist, die Toten hat es dargegeben, wo der Sauerstoff ausgegangen ist und ich meine, da spielen sich dann auch dramatische Szenen ab. Das nur so als Hintergrund zu diesem Bild. Und warum? Ganz klar, du kannst es als Package kaufen, Winnsbruck, Furtbacher, du kannst das M, das S, das M und das X Package kaufen. Bei X kriegst du Sauerstoff, zählt vorher, kriegst du die doppelte Menge Sauerstoff oder unbegrenzt Sauerstoff und das kann man im Internet nachlesen. Das ist genau der Punkt. Aber was ist die Motivation dahinter? Also das wäre meine Frage an euch auch. Es sind mehr Bergsteiger geworden, hundertprozentig. Man kann sich das heutzutage kaufen und sozusagen sich mehr oder weniger hoch transportieren lassen. Das hat ja Messner auch immer kritisiert, dass es Autobahnen sind, die mittlerweile zum Everest hochgehen. Ich finde aber, ein Aspekt, weil es treibt ja auch immer noch Alpinisten hoch, es war auch David Göttl unterwegs, der wollte ohne Sauerstoff den Gipfel erreichen, er hat dann kurz vorher umgedreht, haben vielleicht viele irgendwie auch mitbekommen, gelesen, weil er dann in diese Schlange gekommen wäre und für ihn wäre es dann auch unter Umständen Gefahr des Todes gewesen, also lebensgefährlich. Wenn man jetzt beim Spitzensportler bleibt und wieder bei dieser Medienwirksamkeit des Spitzenalpinisten, dann habe ich eine Frage jetzt mal an die Mesi. Im Prinzip ist er ein Top-Alpinist, auch so ein moderner Märtyrer heute. Er setzt sein Leben für Höchstleistungen aufs Spiel, sieht man immer wieder sterben, Alpinisten sind nur 50 Prozent, die wirklich 50 werden von den Top-Alpinisten, also die Hälfte der Top-Alpinisten erreicht dieses Alter nicht. Das zeigt doch, was auch für ein Gefährdungspotenzial da drin steckt. Die Frage ist, die mich umtreibt, warum finden eigentlich so viele Bergfans, die nie dieses Niveau erreichen werden, deren Tun so toll und heroisch? Warum verfolgen der Normalbergsteiger diese Wege der Top-Alpinisten mit solcher Aufmerksamkeit? Das ist eine gute Frage. Wir haben in deiner Präsentation auch ein paar Beispiele von ein paar Extremfilmen gesehen. Ein junges Beispiel ist Free Solo, Alex Harnold, vielleicht haben es einige von Ihnen gesehen. Wir haben einen Redaktionsausflug gemacht ins Kino und haben den wirklich mit angehaltenem Atem verfolgt, wissentlich natürlich, wie er auch ausgeht. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man einfach irgendwie in diesem Film und sozusagen auch mit dem Protagonisten Harnold einfach gesehen hat, dass Menschen, die wissentlich ihr Leben riskieren für diesen, ich sage es jetzt mal, banal Kick und dieser Adrenalinkick oder was auch immer das dann sozusagen gegenüber Menschen bewirkt, dass ja der Zuschauer oder der Außenstehende mit so einer Faszination des Nicht-Nachvollziehens sozusagen irgendwie dagegen übersitzt, dass er das verstehen will und deswegen auch diesem Protagonisten, so glaube ich, folgt und auch irgendwie sehen möchte, wie geht es dem im echten Leben, wie kompensiert er sozusagen irgendwie Extremsport mit Familie und normalem Weg sozusagen und hänge ich da jeden Tag in einer Wand oder mache ich das nur alle paar Zeiten oder wie auch immer und das sieht man ja jetzt glaube ich nicht nur im Alpinismus, sondern das sieht man ja auch bei anderen Sportarten, sonst gibt es ja glaube ich keine Fans von Sportlern, weil einfach das Tun und Machen von diesen Ausnahmesportlern faszinierend ist. Ich denke, es ist aber auch noch ein Aspekt, dass man sozusagen mitleidet mit so einem Alpinisten, der ja bis ins Extreme geht, es sind ja auch Kälte, bei Ihnen sieht man das ja auch, manchmal denke ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, eine Nacht bei minus 20 Grad, ohne erzählt, nur in einem Schlafsack oder Biwaksack dann zu verbringen, das ist schon auch Leiden, das ist nicht schön, das wirst du bestätigen können, das tut auch weh und hart dann die Stunden aus, bis es wieder hell wird, also das ist das Phänomen des Mitleidens, denke ich, des normalsterblichen Bergsteigers. Die Frage, die ich jetzt an den Jens habe, mein Mitleiden kann man auch auf andere Art und Weise, also Empathie kann ich auch mit notleidenden Menschen in Kriegsgebieten haben, mit Flüchtlingen oder mit Leuten in Katastrophengebieten, was ist denn dann da so anders, also warum ist die Empathie bei diesen Top-Alpinisten eigentlich in eine Richtung, normal müsste ich gar nicht mitleiden, der tut das ja, weil er Geld auch dafür kriegt oder weil er seine Leidenschaft auslebt, er macht das freiwillig und trotzdem leide ich so mit, warum tue ich das nicht eher mit Menschen, die es vielleicht mehr verdient hätten? Ich glaube, es gibt mehrere Wege dahin, zu der Frage zu kommen. Das eine, der Begriff Leidenschaft, den hast du jetzt erwähnt, der heißt ja nicht umsonst so. Also da wird Leiden geschaffen. Und dieses Mitleiden ist, glaube ich, nicht ganz so trivial. Es gibt, kann man jetzt da Philosophie, historisch, ein paar ganz interessante Pfade ziehen. Wir erkennen natürlich unser eigenes Menschsein durchaus auch dadurch, dass wir die Existenz des anderen Menschen in ihrer Bedrohtheit erfahren. Das schafft eine Art von Barriere-Senkung in der Wahrnehmung, die es uns ermöglicht, uns selber als Mensch zu fühlen. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, das auszubuchstabieren, aber es wäre für mich ein anthropologisches Argument. Jetzt nicht weiter vertiefen. Eine zweite Geschichte, die ich da schon auch für wichtig halte, es geht hier um eine Art von Zweckfreiheit. Es ist eine spielerische Aktivität. Alpinismus dieser Form ist Spiel im Sinne von, also von Lessing stammt diese Formulierung, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt. Es ist die Performance eines Spielerischen. Es ist nicht notwendig, es zu machen, aber es wird trotzdem getan. Das heißt, hier sagt jemand, ich will. Nicht ich muss, sondern ich will. Und das ist im Prinzip die performative Materialisierung des Wollens. Und dann kommt die dritte Ebene. Wir haben nicht nur im Bereich des, sagen wir mal, Zuschauens beim Extremsport, sondern auch in anderen Bereichen heutzutage eine ganz gute Form der Ökonomie, des Kollateralwahrnehmens. Interpassivität kann man das nennen, gibt es verschiedene Formen für. Das heißt, wir können ganz gut damit klarkommen, dass wir Erfahrungen, die wir ersehen, auslagern und dafür bezahlen. Genauso wie wir unser schlechtes Gewissen mit Blick auf bestimmte Dinge, die wir tun, von denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollten, dadurch auslöschen können, dass wir Fairtrade-Kaffee kaufen. Genauso wie es einen moralischen Konsum gibt, in diesem Sinne gibt es auch einen Konsum existenzieller Erfahrungen, die über diese Form der Medialität für uns offensichtlich in der Anschauung und diese Macht der Bilder ins Werk gesetzt werden kann. Und das wären jetzt für mich mal diese drei Ebenen, die ich für die Frage da ausschreiten würde. Ich würde gleich an Ines. Du bist die Einzige hier im Kreise, die wirklich in diesen Regionen unterwegs ist. Also ich meine jetzt als Spitzenalpinistin, du gehst an die Grenzen. Wie gehst du damit um, dass sozusagen dir viele folgen, die irgendwie an dem Anteil nehmen, was du auch durchleidest? Natürlich sind viele Glücksmomente dabei, aber du durchleidest ja. Gerade mit diesen Wintergeschichten, mit den Eisgeschichten, das ist ja alles andere als angenehm. Ist das für dich sozusagen, blendest du das aus oder pusht dich das? Naja, während dem Klettern teile ich eigentlich so gut wie nie. Also ich bin da ganz konsequent und kommuniziere das auch mit meinen Sponsoren, dass ich mich beim Bergsteigen, beim Klettern, auf meine Aufgabe zu 100% konzentrieren will. Und ich lasse mich da auch in keine Richtung drängen oder so. Und ich wundere mich oft, wenn Kollegen aus dem Himalaya vom x-ten Besteigungsversuch, nicht mal aus dem Basislager, sondern während der Begehung, posten und kommunizieren. Ich denke mir, wie haben die die Kraft, sich jetzt noch zusätzlich zu diesem medialen Input, den sie geben müssen, auf das eigentliche Ziel zu konzentrieren, was schwer genug ist. Und ich gehe bewusst in die Berge und dorthin, wo kein Handyempfang ist, wo kein Internet mich von dem ablenkt, was jetzt meine Aufgabe ist. Und natürlich sitze ich dann zu Hause und werte das Ganze aus und denke mir, wie kann ich die Menschen da draußen mit dem inspirieren, was ich gemacht habe, was ich geleistet habe. oder auch Geschichten über das Scheitern zu kommunizieren, denn auch das Scheitern ist menschlich, mehr als menschlich. Und ich liebe auch den Austausch mit anderen Menschen auf diesen Plattformen. Ich verbringe in der Regel ungefähr eine Viertelstunde am Tag damit. Also das ist noch recht überschaubar. Ich nutze die Medien für meine eigenen Zwecke, informiere mich, aber es gibt immer noch diesen Entdeckerdrang, der in mir schlummert und der mir eigentlich den Auftrieb gibt, nicht dem zu folgen, was andere machen. Und das beobachte ich bei meinem Sohn und bei der Jugend heute. Die lassen sich zwar inspirieren, aber die verleiten auch zum Nachmachen. Die unberührte Skitour, die erste Skispur durch den unberührten Powder gepostet, ist eine Piste am nächsten Tag. Also das ist mit Sicherheit nicht die Skitour, die ich am nächsten Tag gehen werde. Und ich suche bewusst die Gegenden, wo keiner weiß, dass die Verhältnisse gut sind. Und ich stoße natürlich immer wieder an den Punkt an, wo ich auch mal in einem Bruchharsch fahren muss, weil ich es einfach nicht gewusst habe. Oder ich komme die Linie im Eis gar nicht hoch, weil keiner wusste, dass das Eis nicht gewachsen ist. Aber das ist genau das, was mir heute an der jungen Generation eigentlich fehlt. So dieses Entdecken die Abenteuerlust, was zu machen, was nicht hunderttausend andere machen und aufzubrechen und seine Ziele selbst zu definieren. Das finde ich, da müssen wir auch als Botschafter und ich sehe uns Athleten als Botschafter eine Rolle spielen und die Jugend wieder in eine Richtung bringen, die dahin geht, wo wir früher waren. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird, aber ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Du hast ja auch vom Fastfood-Alpinismus gesprochen. Damit meinst du, Leute machen nur was nach, was eigentlich schon vorgelebt wurde. Richtig, weil da ist die Chance, dass ich da oben ankomme oder das wiederholen kann, sehr, sehr groß. Ich laufe nicht so sehr Gefahr, dass die Verhältnisse schlecht sind oder kein Schnee liegt, kann ja auch passieren. Und das ist eigentlich das, was ich Fastfood-Alpinismus nenne. Also wir wissen das und deshalb wiederholen wir es. Jetzt, dieses Wiederholen, kam ja auch mit dem einen Bild, das um die Welt ging, von dem Königsbach-Fall, von der Gumpe, Infinity Pool, natürlicher, wurde tausendfach verbreitet. An dich, Mese, die Frage... Wir haben es nicht verbreitet. Wir haben es nicht verbreitet. Aber du kannst es vielleicht einschätzen. Ich meine, das sind sozusagen Auswüchse von Social Media. Es werden Menschen an Orte gelenkt, gelockt, wie auch immer, die dort vielleicht nichts verloren haben beziehungsweise die die alpinen Gefahren nicht einschätzen können und die Rettungseinsätze und Todesfälle sprechen ja eine deutliche Sprache. Also tatsächlich sind Menschen dann in Gefahr oder sogar zu Tode gekommen, die sich dort haben hinlocken lassen, weil es nicht mal einen normalen Weg im Sinne vom Alpenverein ausgewiesenen Weg gibt. Mich würde die Frage nach der Verantwortung interessieren. Wo siehst du die Verantwortung? Ist die geteilt? Also sagen wir 50-50, 50 von dem, der es postet, der eigentlich hinschreiben müsste, Vorsicht, bei was weiß ich, Schmelzwasser, bloß nicht in den Pool und 50 bei dem, der hingeht, weil er muss sich ja eigentlich auch noch anders informieren. Also wer trägt da eine Verantwortung? Ist es nur der, der dem Post folgt oder ist es schon auch der, der den Post absetzt? Schwierig. Also meine persönliche Meinung ist definitiv, haben hier beide Seiten eine Verantwortung zu tragen, weil logisch, wenn du dieses Foto siehst und man sagt irgendwie, das schaut irgendwie nach Einsamkeit und wunderschön und da will ich genau diesen Ort, möchte ich sehen und man denkt, sich den Ort entdecken zu wollen, findet eine Tour im Internet, die dann irgendwie da rauf führt und ist der Meinung, das schafft man körperlich und wohlwissend der Mensch, aber der in diesem Infinity Pool drinnen liegt, ein relativ muskulöser, ein dritter Herr, der sollte dann vielleicht schon auch irgendwie zum Kommentar geben, dass da schon auch irgendwie sozusagen eine gewisse, weiß ich nicht, Körperkraft oder was auch immer vorhanden sein sollte, um da rauf zu kommen. Genauso, aber natürlich auch der Mensch und das meine ich mit ein bisschen Eigenverantwortung auch, der dann sagt, okay, ich will aber jetzt diesen Ort aufsuchen, der liest sich ja im besten alle Fälle schon davor auch durch, wo er da hingeht und wie die Verhältnisse sind und dann, was wir sehr oft erleben, ist die quasi dritte Verantwortung, die wirklich teils sehr gut funktioniert ist in den sozialen Kanälen, auf Plattformen, was auch immer, ist die Community unter sich. Also wir hatten gerade letztens den Fall, wo wir etwas gepostet haben als Inspiration für den sozusagen jetzt anstehenden Sommer, eine Tour, wo dann die Leute drunter geschrieben haben, aber Achtung, wir haben es im Text auch erwähnt gehabt, aber auch die Community hat das nochmal geschrieben, Achtung, da jetzt noch nicht gehen, da liegt noch Schnee, da sind noch irgendwie Schneefelder, also das lieber noch auslassen und lieber erst in zwei Wochen gehen. Das heißt, in Wahrheit gibt es da Gott sei Dank jetzt mittlerweile auch innerhalb der Community Stimmen, die dann die Verantwortung ebenfalls mittragen, sie nicht übernehmen, sondern zumindest irgendwie sie übernehmen. Also eine gewisse Selbstkontrolle der Szene. Genau. Ich kenne noch ein ganz anderes Beispiel, weil ich war schockiert, wir wissen alle, es hat einen ziemlich schneereichen Winter bei uns in den Bergen und keiner hat daran gedacht, Skitouren zu gehen oder rauszugehen, jeder war mit Schneeschaufeln beschäftigt und für Tage und sogar fast zwei Wochen war eine akute Lawinengefahr und dann gibt es ein Team von Influencer, zwei junge Mädels, die immer schöne Gipfelfotos posten, man sieht sie beide durch einen tief verschneiten Wald Richtung Hang laufen mit der Frage, was macht ihr bei dem Wetter? Sitzt ihr vor dem Kachelofen oder traut ihr euch auch? Das ist natürlich unverantwortlich. Provokativ, wirklich provokativ und daraufhin gab es einige, also zum Glück einiges negatives Feedback und der Post wurde kurz anschließend gelöscht, aber traut ihr euch auch? Nein, das ist klar, das ist ganz klar unverantwortlich, da braucht man gar nicht, das kann man nicht gut heißen, nicht gut finden, das ist, ja, aber wurden sie dann wenigstens von der Community sozusagen kritisiert dafür? Ja, natürlich. Also das ist ja, das meine ich dann mit der dritten, also dann gibt es ja zumindest Community, dann sagt, ich meine, sorry, aber ich entfolge euch jetzt oder ich fand euch mal gut oder was auch immer, weil das schadet denen eher. Definitiv. Ich würde gerne noch was anfügen zu dem, was du gesagt hast. Es ist, denke ich, wirklich so, dass diese Gleichzeitigkeit, Fülle und Prägnanz von Bildern, mit denen wir heute geprägt werden. Ein Beitrag dazu leistet, dass das, was du beschrieben hast, passiert, nämlich, dass Erfahrung im strikten Sinne des Wortes ersetzt wird durch Erwartungsbefriedigung, die aber Erfahrung genannt wird. Also Erfahrung heißt eigentlich, dass mir etwas widerfährt, das ist also meine Überzeugung, wie sich die Welt verhält, in einem Scheitern zeigt und ich da die Frage, oh, was ist denn jetzt los? Vor diesem Scheitern haben wir massiv Angst. Insofern möchten wir gerne lieber Dinge, wo Erlebnis draufsteht und Erwartungsbefriedigung abgesichert wird. Also ich zahle halt doch vielleicht das XL-Paket, ich habe da eine Flasche mehr dabei. Und damit wird aber natürlich diese Weltoffenheit, die sich im Erfahren eigentlich zeigen kann, zunehmend an den Rand gedrängt und wird quasi übermöbliert mit visuellen Vorgaben, die wie Anleitungen zum Leben sind und auch Anleitungen zu dem, was Erleben heißt und ein Erlebnis ist. Und wenn wir quasi weitergehen damit, dass wir Erfahrung vom Erleben erleben im Sinne dieser weltoffenen Zulassung von möglichen Widerfahrnissen, mit denen wir nicht gerechnet haben, die auch wehtun können allenfalls, also Wagnisverhalten, wenn wir das zunehmend auslagern und wenn wir zunehmend in die Situation kommen, dass wir uns nicht nur die Bilder wie quasi Lebensanleitungen vornehmen, sondern auch ein Stück weit Social Media Dynamiken in ihrer Echtzeitigkeit wie eine Form von permanenter Reaktionsnötigung sehen, dann werden wir da in der Tat nicht hinkommen. Das hat dann was mit Zeit zu tun. Das hat was mit Zeit zu tun, auch wieder Bilder zu lesen. Wir können es nicht. Das überfordert uns, in Echtzeit, in Permanenz, Parallelspuren von visuellen Angeboten zu haben, das bringt Erfahrung nicht hin. Ich glaube, einige von uns gehen auf die Berge unter anderem deshalb, weil man genau das da nicht hat. Da ist man so schnell, wie man halt ist. Und der eine schneller, der andere langsamer. Ich finde noch einen interessanten Punkt, was die Mese gesagt hat und letztendlich ihr beide jetzt auch im Dialog, würde mich interessieren, wie du das einschätzt, Jens, und zwar diese Selbstreinigungskraft oder eben Fragezeichen, gibt es die Selbstkontrolle, Selbstreinigungskraft in den sozialen Medien dahingehend, dass sozusagen Leute, die etwas posten, was eigentlich unverantwortlich ist im Bergsinne, also für erfahrene Berggänger, wo es dir die Haare aufstellt, dass das sozusagen sich selber reguliert. Wie siehst du das? Bist du eher optimistisch oder pessimistisch? Also ich glaube, es ist eine empirische Frage, für die ich mich nicht kompetent sehe, zu antworten, das müsste man sich anschauen, was ich allerdings bei dem, was ich verfolge, sehe, weil ich ein bisschen mit der Bergrettung zu tun habe und da auch so Zukunftsszenarien mache und wir uns natürlich schon auch anschauen, wie laufen Kommunikationen und wie ist quasi der Selbstlernprozess einer Community, die sich permanent in Kommunikation miteinander hält. Es wird halt einfach sehr viel nach dem Prinzip gehandelt, jeder muss jetzt irgendwie was sagen und ob das wirklich eine Form von Selbstregulationseffekt hat, den man sich wünscht, weiß ich nicht. Ich habe auch meine Zweifel. Es gibt die Tendenz, dass Geschichten, die man erlebt hat, genauso selektiv erzählt werden, wie du es beschrieben hast. Also ich rede quasi vom gelungenen Ziel her und wenn ich über Scheiternselemente rede, dann wenn ich sie quasi irgendwie dramaturgisch, sexy verpacken kann. Aber so nach dem Motto, das war wirklich scheiße heute und ich bin wirklich dreimal an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ich habe überhaupt keine Lust mehr, es geht mir gar nicht mehr gut oder ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder runterkomme, das findest du nicht in diesen Beschreibungen. Und ich bin sicher, dass es nicht deshalb, weil man es nicht findet, nicht stattfindet. Und deshalb glaube ich auch, also so wie du gesagt hast, bin ich ganz deiner Meinung, also wir müssten eine Kultur der Ehrlichkeit, wir reden die ganze Zeit von Authentizität, Authentizität, von Authentikos, Beglaubigen, Echtheit. Ja, wir müssen uns dann glaube ich auch mal trauen zu sagen, hey, das war scheiße, was ich gemacht habe. Also da habt ihr sicherlich, also Ines, ihr als Spitzenalpinisten eine Vorbildfunktion, wie du schon gesagt hast und ich stelle das tatsächlich fest, zumindest in den letzten sieben Jahren, wo ich jetzt einen genaueren Blick drauf habe, dass viele Alpinisten offen über ihre Schwächen reden, über ihre Ängste, über ihr Scheitern, also manchmal schon so viel, dass man mir denkt, das ist ja auch schon wieder irgendwie ein bisschen Kultur, um sich irgendwie auch zu vermarkten, ja, als die Person, mit der man dann mehr Empathie noch hat, aber zumindest das findet statt, was ich jetzt, um das ganze Social-Media-Thema nochmal aufzugreifen, an die Mäse die Frage stellen wollen, es ist ja auch ein Faktum, dass die Bilder, die gepostet werden, oft nur einen Teil der Wirklichkeit darstellen, also den unverspurten Hang, den Gipfel, wo man nur die jeweilige Person sieht und im Jahrbuch 2019 von Alpenverein ist da ein längerer Artikel drin, der ist glaube ich sogar von einer Kollegin von dir, wo genau das auch mal beschrieben wird, das Phänomen. Ich meine, im Prinzip kann man es verstehen, menschlich ist das, dass man sich zeigt und damit sagen will, Mensch, schau mal, wie toll das war, wo ich da gestern in den Bergen war oder heute, aber da ist dagegen kein Kraut gewachsen oder wie soll man damit umgehen, wenn im Prinzip Bilder auch lügen? Also auch da würde ich jetzt sofort wieder an einen selbst ein bisschen appellieren. Ich nenne ein ganz banales, ganz anderes Beispiel. Wir kennen das alle, wir fahren irgendwo hin auf Urlaub in eine Stadt, ich sage jetzt mal Rom und man geht da in der touristischen aller Straßen und dann hat man da irgendwie die Seniore, die dann stehen mit den Karten und den Speisen und dann denkt man sich, ah, das schaut aber köstlich aus und dann bestellt man sich eine Speise dieser Speisen und kriegt auf den Teller etwas, was mit dem Foto, das man vorher gesehen hat, nichts mehr zu tun hat und wir kennen dasselbe wahrscheinlich irgendwie, indem wir irgendeine Reise buchen und an den Strand sehen und uns dort irgendwie sehen, okay, da ist kein Mensch, da will ich hin und dann kommt man hin und die Realität schaut anders aus. Also eigentlich ist uns das ja immer schon irgendwie ein bisschen bewusst gewesen, dass Medien, ja, und Veranstalter, was auch immer, einem zum Teil natürlich nicht immer die Wahrheit verkaufen. Ich finde es zum Teil dann eigentlich eher schlimm, also für mich ist ein gutes Beispiel der vielleicht allen bekannten Praxer, der Praxer Bergsee in Südtirol, der wurde bei uns, bei Bergwelten auch mal zum beliebtesten Bergsee gewählt, interessanterweise, und jeder, der schon mal dort war, weiß irgendwie, dass da irgendwie Realität und Bild, ja, dieses idyllische Boot, was da in dem Wildsee drinnen liegt und das blaue Wasser und wenn man dann dort ist, hat man Touristen, Busse ohne Ende und Pixi-Klos und also wirklich katastrophal, da finde ich es dann eher schlimm, dass dann jemand das auf Instagram postet und irgendwie das vielleicht auch noch als Empfehlung ausgibt, weil wenn es jetzt Südtirol ausgibt im Sinne von, wir locken die Touristen zu uns, ja, dann meinetwegen, aber dann ist das vielleicht irgendwie schon ein bisschen, ja, ja, irreführend, auf jeden Fall, ja, aber ganz generell, das ist ein guter Punkt, auf den ich eigentlich mit dir schon die ganze Zeit vielleicht zumindest nicht streiten, nur diskutieren wollen würde, der in deinem Vortrag ja auch vorgekommen ist und der bei der ersten Frage auch aufgeworfen wurde, in die Richtung sozusagen, wie wir unsere Titelbilder auswählen und dass wir zu wenig Realität zeigen, weil halt wir vielleicht irgendeinen wirtschaftlichen Aspekt erfüllen müssen. Ich würde jetzt nicht nur, also was ich gerne unterstreichen würde, ist, wir arbeiten oder machen unsere Jobs ja nicht nur, um irgendwelche wirtschaftlichen Aspekte unserer Kunden zu erfüllen, sondern wir wollen ja die Bedürfnisse unserer Leserinnen und Leser irgendwie erfüllen und ich glaube, ich würde gerne mal so einen AB-Test machen tatsächlich und irgendwie ein, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ist ein nicht schönes Bergbild, das müssen wir auch noch definieren, was ist die andere Seite des Berges? Ein schierer Berg, ich weiß es nicht. Warum brauchen wir Schönheit überhaupt? Was ist das für ein Kriterium? Also Attraktivität und Attraktivität. Wir verkaufen Träume, wir verkaufen Träume mit dem Magazin, wir verkaufen keine Nachrichten. Genau und die Menschen haben den ganzen Tag und wir wissen, wie unsere Weltpolitik ausschaut oder wenn man auf Social Media Kanälen unterwegs ist, da ist ein toter Hund und da ist ein krankes Kind und da ist ein, also es ist ja viel Schreckliches dabei und wenn dann irgendwie als Brecher dazwischen mal irgendwie ein Altenglühen kommt oder ein Praxer Wildsee auf dem Foto zumindest ist schön ausschauen, dann holt uns das kurz irgendwie raus und sei es irgendwie eine kurze Stimmung, die in unserem Hirn passiert und wenn ich ein Bergwelt, ein Bergsteiger, ein Alpinmagazin, was auch immer, mir am Sonntag, am Nachmittag auf meinem Sofa zu Hause mal durchblätter und dann das Gefühl habe, ich war heute schon irgendwie draußen, indem ich nur eine halbe Stunde dieses Magazin geblättert habe, dann finde ich das irgendwie auch okay. Also darf auch sein. Um sich zweit zu verteidigen. Sicher, nein, also es sind zwei Ebenen. Das eine ist, eine These wäre ja schon die, zu sagen, das Repertoire an Schlagbildern, das überhaupt verfügbar ist, ist sehr überschaubar. Das heißt, selbst wenn ihr anders wolltet, könntet ihr gar nicht so ohne weiteres. Und das Zweite ist aber schon die Frage, die man stellen muss, also geht es nur um Bedürfnisbefriedigung? Und was ist die Folge, auch da jetzt verantwortungsmäßig argumentiert, was ist die Folge dieser Bedürfnisbefriedigung? Ich meine, wir können jetzt mit allen Formen von Verfremdungszusammenhängen und so weiter, da haben wir ein Repertoire an kampftheoretischen Vokabularen, mit denen man das jetzt hier problemlos zerlegen könnte. Aber die interessantere Frage ist ja, was sind quasi die Ausgriffe der Verantwortung, die ihr mithabt? Sind die nur am Sofa oder sind die nicht auch in den Köpfen derjenigen, die dann sehr vehement einfordern, dass die Alpen bitte so aussehen sollen, wie sie auf diesen Bildern abgebildet sind? Und sind das dann nicht Konsequenzen für diejenigen, die in den Alpen leben, die dann quasi eigentlich nichts mehr anderes tun sollen dürfen, als die Kulissen so zu erhalten, wie sie in den Berg und so weiter und so weiter? Und da sehe ich schon wirklich ein großes Fragezeichen, wer sind denn die Stakeholder, die daran mitwirken können und müssten, dass wir den Alpenraum als einen attraktiven Raum in die Zukunft bringen? Und das ist, glaube ich, ein etwas anderes Argument. Das heißt nicht, dass wir nicht Bilder, von denen man jetzt so im umgangssprachlichen Sinne sagt, sie sind schön, auch bringen kann, aber den Mut zu einer Verfremdung, die ein Stück weit auch zu einer Erfahrung der Entfremdung führt, in der man dann aber auch an Neusehen lernen kann, ein Stück damit mitzuspielen. Ich denke, man muss vielleicht jetzt auch der Fairness halber sagen, ein Titelbild ist nicht unbedingt das stellvertretend für das, was dann im Magazin alles abgebildet ist oder berichtet wird. Wir nehmen uns immer wieder Themen vor, wie die GTA, ein wunderbarer Weidwanderweg, der auch wirklich mit sanften Tourismuskonzepten hinterlegt ist, etc., etc. Wir haben Zipra-Themen und so weiter, aber das Titelbild muss einfach eins erfüllen, nämlich dem Leser vermitteln, dort will ich sein. Es muss einen quasi Traum erfüllen. Das ist noch gar nicht am Markt mitgebracht, da ist jetzt kein Watzmann drauf und kein Mont Blanc und das ist kein Berg, den man sofort erkennen würde, aber trotzdem sind Menschen vor einer Kulisse von 4000ern und denen geht es ganz offensichtlich gut. Also das ist sozusagen die Erfordernis, die wir schon haben als Medium, aber innen drin haben wir schon die Freiheit, das sehr so zu gestalten und das kommt auch an bei den Lesern. Es ist nicht so, dass dann nur irgendwie Klischee-Geschichten überhaupt nicht. Und wir haben ja nicht nur die Freiheit sozusagen, das innen drin, auch wie du jetzt ausformuliert hast, sondern ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir auch eine Aufgabe haben, bestimmte Themen an diese Community, die vorhanden ist, zu tragen, ganz richtig. Also indem wir eben sehr wohl auch irgendwie den Finger in die Wunde legen und sagen, passt auf, Leute, wenn ihr da rauf geht, nehmt euren Müll wieder mit runter und fahrt vielleicht mal nicht irgendwie mit dem Auto zur nächsten Ausgangsposition, sondern setzt euch in Zug und das sind sieben Touren, die können sich ganz leicht mit dem Zug also irgendwie zu denen gelangen. Also ich glaube, da ist unsere Verantwortung, wenn wir schon Zuhörerinnen und Zuhörer haben, eine Community haben, denen nicht jeden Tag zu sagen, geht's auf den Watzmann, sondern eben auch, tragt dann irgendwie auch einen Teil dazu auch irgendwie bei und da habe ich zumindest das Gefühl, dass da irgendwie die Akzeptanz schon sehr, sehr vorhanden ist und sich das dann irgendwie hoffentlich auch so darstellt. Ich würde gerne noch eine Sache zum Thema Bild, also ich glaube, man muss schon mit einbeziehen, dass die nächste Generation unserer ganzen Digital Natives mit Bildern anders umgeht, als wir das tun. Also die wissen alle, was man mit Bildmanipulation machen kann, die haben ein ganz anderes, quasi die haben eine Hermeneutik des Verdachts, wenn man so will, im Umgang mit Bildern. Das ändert nichts daran, dass sie genauso quasi schlagbildorientiert sind, aber ich glaube, man muss zumindest mitbedenken, dass die Next Generation da eine andere visuelle Kompetenz hat, die was mit unterschiedlichen medialen Sozialisierungen zu tun hat. Und also, ich will das wirklich nicht übertragen, ich finde es interessant und deshalb spreche ich hier jetzt nicht als Moralakteur oder Ethiker, sondern als Ästhetiker. Ich finde es interessant, wie diese Motive funktionieren und ich finde es interessant, warum andere Motive nicht funktionieren und ich finde es interessant, wie mit Bildsprache Gegenwart verhandelt wird. Das ist mein Punkt. Dass ihr zum Beispiel offen seid, ihr habt ja selbst nicht mal ins Gipfelinterview gelassen. Ja, weiß ich ja. Habt ihr jetzt nachzulesen auf bergwelten.com? Das mit der jüngeren Generation ist absolut richtig, dass die ein anderes Verständnis oder auch eine Herangehensweise haben, den Bildern einfach schon mal nicht so trauen, wie wir das vielleicht noch tun. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, der vor allem auch die Frage der Vermarktung von Spitzenalpinisten ist und die Ines da fragen. Ich meine, du hast dann den Weg, als du Erfolge hattest, dann kamen die ersten Sponsoren, haben angefragt, du hast dann den Weg eingeschlagen zur Profialpinistin, hast das Physiotherapie dann sein lassen. Wie viel Druck verspürst du tatsächlich auch Erfolge zu haben, um deine Sponsoren zu befriedigen, sage ich mal, deren Erwartungen vielleicht und auch sozusagen Vorträge zu generieren. Da musst du ja auch irgendwie was Neues, was Tolles, was vielleicht Spektakuläres haben. Wie groß ist der Druck, um dann tatsächlich dein Leben als Profi leben zu können, finanziell? Das kann man ganz schwer verallgemeinern, glaube ich. Also ich muss da vielleicht ein bisschen länger ausholen, weil in meinen Anfängen, ich war blutige Anfängerin in diesem Sport im Eis-Tet und habe ein paar Mal trainiert, bin zum Weltcup gefahren und wurde auf Anhieb Zweite. Aber da ich keinen, das erklärt, was für ein großartiges Talent ich bin, aber auch, dass die Konkurrenz relativ schwach war noch zu dem Zeitpunkt. Ich besaß kein eigenes Paar Eisgeräte und ich musste mir die bei Black Diamond, die hatten dort einen Stand ausleihen und ich durfte mit den Eisgeräten klettern und als ich die dann zurückbringen wollte, hat man gesagt, nee, die kannst du behalten. Ohne Erwartungshaltung, ohne irgendeine Verpflichtung, die da mit im Zusammenhang stand. Die wussten nicht, dass eben ein Jahr drauf und die anderen Jahre das Rennen jeweils machen werde und das hat mir gezeigt, hey, da besteht Vertrauen, oder? Und von da an ist es gewachsen und ich bin eigentlich zufällig in diesen Beruf gefallen oder Berufung und musste mich irgendwann entscheiden, das andere aufzugeben, Physiotherapie, das hätte ich jederzeit wieder anfangen können. Damals waren meine Hauptaufgaben noch Presseberichte schreiben, mich darum kümmern, dass ich eine Website habe. Man hat telefoniert, im besten Fall eine E-Mail verschickt, eine am Tag und hat mal jede Woche geschaut, ob eine Antwort gekommen ist und heute funktioniert ja die Kommunikation ganz anders. Wir sind ständig, also mein Sohn würde die Frage, wenn du ihn fragen würdest, ob er auch Profibergsteiger wäre oder Kletterer werden möchte, würde er sagen, auf keinen Fall, ich gehe gern klettern, aber davon leben, das ist ja schrecklich. Der sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass ich ständig am Computer sitze, wenn ich nicht draußen beim Klettern oder Bergsteigen bin, der sieht, wie das Netzwerk funktionieren muss, wie ich meine Posts mache, wie ich mit Sponsoren kommuniziere. Ich muss meine Projekte natürlich interessant anbringen oder kommunizieren, damit die sagen, jawohl, 50.000 Euro für eine Shishapangma-Expedition, die übernehmen wir, kein Problem. Es passiert alles andere als einfach heutzutage. Und dann hast du die Tasche voller Geld, gibst die am Weg aus und du hast eine relativ kleine Chance, dass du jemals oben ankommst. In dem Stil, den ich favorisiere. Und uns allen und auch den Firmen ist klar, dass die da keine Erwartungen haben dürfen, sonst würden wir unser Leben riskieren. Und meine Erfahrung ist eher die, dass nach einer gescheiterten Expedition, mit der wir knapp dem Tot entkommen sind, also das ist eine andere Geschichte, die möchte ich jetzt nicht weiter ausholen. Aber meine Erfahrung war eher extrem positiv. Jeder hat sich bedankt, dass wir umgekehrt sind, dass wir zurückgekommen sind. Und es wurde auch bestätigt, dass wir nie wieder Geld bekommen für eine 8.000er-Expedition, weil das viel zu gefährlich sei. Also das ist ein gutes Stichwort, 8.000er-Expedition. Ich glaube dir das und ich habe in der Erfahrung mit dem Umgang großer Firmen und die sind auch überschaubar, das ist ja nun im Outdoor-Sportbereich, gibt es ein paar große Player, die auch als Sponsoren auftreten, auch das Gefühl, dass der Druck nicht so stark ist, der aktiv ausgeübt wird. Und dennoch ist er da. Also das ist ein Teil der Medialisierung sicherlich. Also ich habe ein Beispiel und da stellt es mir immer noch die Nackenhaare auf. 2015 hat es eine Shisha-Pangma-Expedition gegeben, geleitet von Benedikt Böhm und er hatte seinen Freund oder nicht Freund, darüber kann man sich streiten, Basti Haag da dabei. Diese Expedition ist in einem Drama geendet mit einem Lawinenabgang beim Gipfeltag. Zwei Bergsteiger, Basti Haag und der Zambaldi, der Italiener, sind gestorben. Martin Mayer und Münchner hat es mit wahnsinnig viel Glück überlebt. Was ich jetzt aber erzählen will, ist, dass es Posts gab von dem Gipfelanstiegstag, die ausgesendet wurden. Zum Zeitpunkt, wo Basti Haag schon tot war, hat er angeblich einen Post vom Gipfelanstieg gesendet. Die waren vorbereitet. Die wurden dann schnell wieder vom Netz genommen. Also das ist belegbar. Das zeigt auch, welcher Wahnsinn dahinter steckt. Das war ein Druck, den sich die beiden, also ich würde da sagen, das waren beide, Benedikt Böhm und Basti Haag, aufgebaut haben. Das wurde vorher über Spiegel Online, über Monate, wurde diese Expedition Double Eight, Weltrekord, zwei Achttausender in 14 Tagen, glaube ich, und dann noch von Basislager zu Basislager mit dem Fahrrad. Also es musste irgendwie was ganz, ganz Großes sein und das zeigt eigentlich auch die Perversion, wo wir mittlerweile angelangt sind. Das ist meine persönliche Meinung und ich hätte da gerne auch, also das ist belegbar. Es wurden Posts gesendet, wo der schon tot war, also fake, eindeutig fake. Also ist das, ist das was, was ihr irgendwie auch beobachtet, dass es sozusagen diese Auswüchse gibt oder was ist? Also ich habe das noch nicht beobachtet. Also ich habe, mir geht es eher wie dir, ich habe auch das Gefühl, wenn man eben mit Sponsoren, mit großen Big Playern da irgendwie sich unterhaltet zu diesen Themen, Athleten, Expeditionen etc., dass, so wie du es jetzt auch geschildert hast, immer die Sicherheit des Athleten im Vordergrund steht und nie dieser Wahnsinn. Aber das ist meine subjektive Beobachtung der letzten Jahre. Ich kann tatsächlich jetzt nicht irgendwie für die letzten Jahre davor sprechen, aber das, was du gerade erzählt hast, das ist, da stellt es einem nur die Nackenhaare auf und es ist furchtbar. Ich kann mir vorstellen, wenn du medial sehr stark im Fokus bist und also die Dinge, Medien und Geld spielen sicher auf die Reaktion oder wie ein Mensch sich verhält oder wie er sich auch vermarktet, eine große, große Rolle, wie hoch er sein Risiko setzt oder wie niedrig seine Toleranz ist da. Ich glaube, je mehr Geld im Spiel ist, das ist zum Glück beim Bergsport, das ist kein Tennissport oder kein Fußball, da sind die Beträge noch überschaubar, aber auch da gibt es große Differenzen und ich bin überzeugt, dass eine hohe Summe an Geld auch eine höhere Risikobereitschaft erzeugt. Kaum einer traut sich, das Sauen von den Alpinisten. Ich glaube, es sind ja auch da mehrere Ebenen. Wir hatten vor einigen Jahren viel stärker als heute diese Diskussion, ist das Gipfelfoto echt oder nicht echt? Da wurde ja was ganz anderes verhandelt, da wurde, du hast es vorher schon angesprochen, da wurde quasi die ganze Frage der Ehre, für die der Bergsport auch steht, verhandelt. Und zwar stellvertretend für alle möglichen anderen Felder. Und was du jetzt beschreibst, diese Art von, was passiert hier quasi an pervertierter Logik der Inszenierung, die offensichtlich gar kein Gespür mehr dafür hat, wo moralische Grenzen sind. Naja, das ist natürlich Teil auch einer ganz allgemeinen Entwicklung zu dem, was man vielleicht kampfbegriffsförmig kognitiven Kapitalismus nennen kann. Das ist ja gar nicht mehr so, dass ich nur quasi von außen gesteuert das oder das tue, dass ich von innen hingesteuert denke, wenn ich aufmerksamkeitsökonomisch nicht irgendwie auf den vorderen Plätzen lande, dann ist meine Existenzform gefährdet. Das hat eine ganz andere Dimension. Damit ist quasi diese ganze Form des sich-selbst-Sehens verbunden damit auch ein Stück weit im Erfolgreichen gesehen werden aufgehen zu müssen. Und das sind Dynamiken, die haben nicht unmittelbar was zu tun mit dem Geld, was da hinten dran ist. Und das wäre jetzt eben auch so etwas, wo ich sagen würde, naja, ich glaube, ich rede ja viel, ob das jetzt die Hubers oder mit anderen sind, wir diskutieren ja viel drüber. Ja, ich glaube schon, dass die Sponsoren an der Stelle nicht die sind, die sagen, Leute, ihr müsst es aber. Aber es gibt dann doch so etwas wie eine, so ein Begriff, der da viel verwendet wird, eine Gouvernmentalisierung in den Köpfen, die sagen, na, wir müssen aber schon. Nicht, weil die uns das sagen, sondern wir haben eine Art von, eine mentale Regiertheit in uns, die muss gar nicht mehr fremdgesteuert sein. Ich meine nur mit diesem Geld, meine ich jetzt nicht, dass du eins zu eins, ich kenne das Gefühl selber, ich bekomme von irgendwo her viel Geld, einer gibt mir Geld, natürlich möchte ich dem seine Erwartungshaltung erfüllen. Wenn du in den Laden gehst, dir was kaufst, wirst du auch was für dein Geld zurück, oder? Du gibst es nicht einfach so aus der Hand. Und das sehe ich auch als Athlet in meiner Pflicht, nur kann man das Zurückgeben auch in einer anderen Form tun, als um jedes Risikowillen, diesen Gipfel zu erreichen. Es gibt auch schöne Geschichten oder brauchbare Geschichten vom Scheitern. Das ist vielleicht der Grund, warum Bergsteiger immer mehr vom Scheitern auch berichten. Ja, also solange es dann gut geht, sind die Geschichten natürlich irgendwie, also gut geht im Sinne, dass jetzt keiner zu Tode kommt, sind diese Geschichten natürlich auch besser vermarktbar, verkaufbar. Ich will noch ein Beispiel nennen, die jüngste Expedition von David Lama und Hans-Jörg Auer und dem Jess Roskelly ist zwar jetzt nicht vergleichbar mit der Shisha-Pangma-Expedition, weil da war, glaube ich, wirklich der mediale Druck unheimlich, den haben die selber aufgebaut über diese Spiegel-Online-Geschichte. Aber bei denen, und das wäre jetzt wieder eine Frage an die Ines, weil ich habe von mehreren gehört, die Verhältnisse waren relativ objektiv zu beurteilen, die waren schlecht, es war eine hohe Lawinengefahr, weil viel Neuschnee und Windverfrachtungen, die Frage ist, eigentlich, ich verstehe es nicht, ich kannte, muss ich sagen, den Auer und den Lama, ich dachte immer, die wären eigentlich mit einem Risikobewusstsein ausgestattet, das sich nicht treiben lässt in die wirklich ganz gefährlichen Dinge, weil sie es besser wissen, aber was muss die getrieben haben? Irgendwo muss ja dieser mediale Druck da gewesen sein, dass sie das machen, doch nicht nur für die Ehre. Ich weiß es nicht, wir waren ja vor Ort und hatten wenige Tage vor ihrem schrecklichen Unfall unsere erfolgreiche Durchsteigung der Mount Faye Ostwand und haben darüber natürlich auch in Instagram und Facebook berichtet, weil das Teil der Kommunikation war für unsere Sponsoren und weil alles, ja, es war einfach eine schöne, herausfordernde und eine große Begehung und wenig später höre ich von diesem Ereignis, wir waren in der Gegend, wir waren an diesem Tag nicht aktiv in den Bergen, sondern beim Sportklettern und dann hat es mich, also es hat mich mehrere Tage und es braucht auch heute noch, dass ich mich erhole von dem Schock, gebraucht, bis ich wieder schlafen konnte, weil mich die Frage beschäftigt hat, was hat vielleicht unsere Besteigung, unser Erfolg, unser Post im Internet mit deren Versuch am Hauspeak zu tun? Ich hoffe nichts, aber weißt du, die kommen aus Europa, sehen, da geht was und wir waren aber schon viel länger vor Ort, wir sind in drei Täler gelaufen, haben unser ganzes Material reingeschleppt und wieder rausgeschleppt und bis wir dann dieses Ziel gefunden hatten, was uns objektiv, ich will damit nicht sagen, dass wir nie Fehler machen werden, ich hatte wahrscheinlich schon oft auch Glück und die Jungs hatten jetzt einfach kein Glück, aber ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, was die Jungs an diese Wand getrieben hat, bewegt hat. David war neu bei North Face, also er hatte einen neuen Vertrag mit einem neuen Bekleidungshersteller, ob das irgendwas damit zu tun hat, sind alles nur Vermutungen. Wir werden es sicherlich nicht wissen, aber auch Ralf Dulmovic war vor Ort und der hat das gleiche gesagt wie du, es waren eigentlich schwierige Verhältnisse und für so eine große Besteigung kann es keiner so richtig verstehen. Ich will jetzt da auch nicht länger drauf rumreiten, wenn ich auf die Uhr schreibe, dann will ich jetzt auch gerne das Publikum noch mit einbeziehen. Wir könnten jetzt sicherlich noch locker eine Stunde damit weiter über solche Dinge reden, aber eins vielleicht noch bevor das Publikum dran ist, Andi Mesi, du bist bei Red Bull Media House, es gibt diverse Veranstaltungen, Events, jetzt erst in ein paar Wochen oder wenigen Tagen, die X-Alps, das ist für die, das nicht wissen, ein Wettbewerb einmal über die Alpen mit Gleitschirm und zu Fuß und der, der am schnellsten ist, der ist der Held und das ist natürlich auch etwas, wo man sich vorstellen kann, dass da Leute getrieben werden, über das Maß an vielleicht dem eigenen Risiko, der Risikobereitschaft hinaus zu gehen und dann zu fliegen, wenn vielleicht die Winde oder das Gewitterneigung, was auch immer, ist dieser Begriff Red Bullisierung der Alpen, ärgert dich der oder was würdest du damit verbinden? Ich habe ein bisschen gedacht, dass die Frage kommt, dachte aber so ein bisschen beim Blick auf die Uhr, sie kommt vielleicht nicht mehr. Entschuldigung. Nein, nein, kein Problem. Wenn man da arbeitet, dann kann man natürlich da auch irgendwie was dazu sagen. Also für mich persönlich jetzt, ich arbeite für Bergwelten, Red Bull ist natürlich irgendwie die berechtigte Frage, aber ich sehe das irgendwie natürlich jetzt auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Red Bull bietet vielen jungen Menschen die Möglichkeit, Dinge zu tun, Träume auszuleben, Dinge auszuprobieren, die vielleicht von anderen ihnen nicht geboten wären, weil da Sponsoren, und da rede ich jetzt wieder vom Mainstream-Red Bull, ja natürlich auch jetzt Absatz des Mainstream-Sports wie Fußball oder Formel 1, in sehr, sehr vielen Nischen-Sportarten unterwegs ist, also gerade das von dir angesprochene X-Albster, das ist ja Skitour und Paragliten zum Beispiel in Verbindung irgendwie, das sportliche Thema, ist jetzt nicht etwas, was alle Tage irgendwie passiert und es jede Menge Sponsoren dafür gibt. Also insofern kann man das auch von der Seite natürlich, und jetzt bin ich ein bisschen subjektiv auch betrachten, dass man sagt, da gibt es Leute, die kriegen hier eine Möglichkeit, Träume auszuleben. Das von dir angesprochene Extrem ist natürlich etwas, was ich jetzt wieder subjektiv nicht super finde, weil wenn Leute getrieben werden, über ihre Grenzen hinaus zu gehen, nur um irgendwie dem Sponsor einen Gefallen zu tun oder das Publikum irgendwie zu befriedigen, dann ist das nicht gut und nicht gut zu heißen, nur ich bin keine Athletin, ich kann mir ganz schwer irgendwie nur immer nachvollziehen, was in Leuten passiert, damit sie das tun, deswegen kann ich jetzt auch nur groß koscher, sagt man bei uns in Wien, davon reden, dass auch da vielleicht eine gewisse Portion der Selbstverantwortung, wie weit gehe ich, wie weit fühle ich mich wohl, wann ist irgendwie Schluss, ohne dass Red Bull als Sponsor sagt, du, aber ich habe mir mehr erwartet, in jedem selber irgendwie ein bisschen liegen sollte. Habe ich das jetzt diplomatisch? Du wirst nicht gekündigt werden, denke ich mal. Das wären wir ja noch am ehesten. Gut, dann möchte ich gerne jetzt Publikumsfragen zulassen, also gleich vorweg sage ich und ich werde einschreiten, wenn jemand jetzt Statements abgibt, das weniger, sondern Fragen an eine Person und vielleicht ganz kurz sagen, Name und an wen die Frage geht. Bitte die Dame. Danke. Katharina Kessler ist mein Name. Ich wollte erst mal ein Lob aussprechen dafür, dass zwei Frauen auf dem Podium sitzen. Ich habe zwei auch schon gelobt, aber mir erinnert. Ja, aber auch aus dem Publikum. Ich hätte tatsächlich gerne ein Statement abgegeben, aber dann formuliere ich es als Frage. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, dass es so kulturpessimistisch gesehen wird, ehrlich gesagt. Es erinnert mich so ein bisschen an die Erfindung des Buchdrucks, des Fernsehens. Es war schon immer nur ein Ausschnitt der Realität. Es war noch nie die ganze Realität. Wenn man es jetzt auf Badura-Ebene verargumentieren will, dann sind wir irgendwann beim Konstruktivismus angelangt. Also was ist heute anders als damals, frage ich mich. Für mich sind die sozialen Medien tatsächlich sozial. Also es ist eine Community, ich kann mich austauschen. Es ist eine Demokratisierung, auch eine Demokratisierung der Berge. Muss man es denn tatsächlich so negativ sehen, wie es jetzt irgendwie den ganzen Abend rüberkam? Und gerne können es alle beantworten. Also ich finde das gut, was du sagst. Deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich sehe es nicht negativ. Also ich hatte die Frage durchaus auf einem meiner Moderationszettel, was ist das, der Benefit und das Gute an Social Media, kam jetzt nicht mehr vor, weil wir jetzt viel über natürlich Vermarktung und letzten Endes ist aus dem Negativ, entsteht oft mehr Energie auch, sage ich mal, und darüber kann man besser debattieren. Aber völlig zu Recht, wer mag denn da noch darauf antworten? Also ich habe das Beispiel der Jugend halt ständig vor mir sitzen und sehe, wie viel sinnlose Zeit da vergeudet wird. Ich in meiner Jugend habe ganz andere Dinge getan. Das ist das, was mich persönlich ärgert und eben die Ehrlichkeit, die ich erwarte. Ansonsten nutze ich Social Media, um in Kontakt zu sein mit Leuten, um Leute zu inspirieren, um Leute zu motivieren und vor allem auch Frauen, die sich oft nicht so sehr zutrauen, was sie eigentlich könnten oder zu inspirieren und zu sagen, hey Mädels, probiert es aus, an eure Grenzen zu gehen. Ihr habt es auch drauf. Ihr könnt mutig sein. Ihr müsst nicht nur Angst haben. Und da kommt sehr viel positives Feedback. Also es ist nicht nur negativ, auch nicht aus meiner Sicht. Und dann der Kulturpessimist, die Sache mit dem Konstruktivismus habe ich nicht verstanden. Also ich glaube nicht, dass man Kulturpessimist ist, wenn man sagt, wir haben es hier mit einer Transformation des soziokulturellen Zusammenhangs zu tun, die an einer Geschwindigkeit läuft, der wir nicht folgen können. Wir müssen Kompetenz aufbauen. Das heißt nicht, dass wir sie nicht aufbauen können, aber wir müssen sie aufbauen. Und das ist immer noch nicht ein Punkt, der jetzt kam, war zum Beispiel das Beginn einer Community, die anfängt, sich quasi zu regulieren. Also wo sowas wie Diskurs stattfindet im anspruchsvollen Sinne, wo nicht jede Aussage einfach stehen bleibt und durch die nächste Aussage getoppt oder an ihr vorbei stehen gelassen wird, sondern wo man anfängt, wirklich auch kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, deshalb ist es kein Kulturpessimismus, es ist aber wichtig, dass wir diese Zeit des Kompetenzaufbaus mit einer Form von nachdenklicher, kritischer Bedenklichkeit versehen. Und so verstehe ich meine Überlegungen dazu. Und ich hoffe schon, dass drüber gekommen ist, dass ich glaube, dass es hohe Kontinuitäten gibt in der Art und Weise, was verhandelt wird und wie verhandelt wird. Gleichwohl aber der mediale Impact und insbesondere diese Geschwindigkeit, in der die Dinge stattfinden, diese vor allem gegenwärtigte Gleichzeitigkeit, dass die uns in Probleme bringen momentan, die nicht unbedingt hilfreich sind, der Welt gegenüber die Aufmerksamkeit zu mobilisieren, die es braucht, um bedacht zu bleiben im Umgang mit ihr. Und da würde ich deshalb sagen, Kulturkritik, ja, Kulturpessimismus ist historisch gesehen eher eine Lazy-Haltung. Gut, vielen Dank. Besser mit Mikro, weil da hinten muss man Sie auch noch hören. Mein Name ist Michael Erb, völlig unverbrauchter Name, ich bin schon ausgemustert. Also kurz fassen, die erste Frage geht an den Herrn Redakteur zum Thema Titelbild. Also ich als Rezipient, als Leser, erwachte von einem Titelbild nicht, dass es die Eye-Catcher-Funktion hat, sondern dass es zielführend zum Titelbeitrag, zum Hauptbeitrag des Magazins hinführt. Dann sollte aus dem Kontext des Magazins, des Hauptartikels, sollte aus dem Titelbild ausgewählt werden. Das fände ich eigentlich auch fair. Ich habe auch Kommunikation im Nebenfach studiert, also meine Anregung. Das andere, ja gut, ich sage mal, nicht schwarzmalen, nicht schönreden. Der Kulturphilosoph eben austarieren, ich denke, das ist es. Ich habe heute viele Widersprüche rausgehört. Was ich mir wünschen würde vom Bergmagazin, vielleicht trotz Pessimismus auf die Gefahren hinzuweisen. Hier in diesem Raum verkehrt oft ein Herr Winkler, ist er auch da? Er ist da. Die macht der Bilder. Herr Winkler macht tolle Bilder. Der Berg ruft. Schönes Foto vom Watzmann. Und dann hat der Herr Winkler einen Murenabgang auf eine Straße, der Berg kommt. Genauso können wir es mit der Isar machen. Viele Schlauchboote auf der Isar, paar hundert Meter weiter ist eine riesige Wasserwalze bei dem Wasserstand jetzt. Könnte man gegenüberstellen. Ich würde mir wünschen von den Medien, dass sie die Gefahren auch mal visualisiert. Denn meiner Ansicht nach werden durch die sozialen Medien viele Menschen in die Berge gelockt, die dem nicht gewachsen sind. Vielleicht noch ganz kurz, ich weiß nicht, wie lange das GPS gibt, vor 10, 15 Jahren. Ich stand mitten in der Zivilisation auf der Bodenschneid. Und da war eine Gruppe junger Leute, die wussten nicht mehr vor und nicht zurück. Die wussten noch nicht, ob sie den Bus am Spitzensee erreichen oder ob sie lieber runter nach Josestal laufen sollten. Also schon damit völlig überfordert. Ja, also vielen Dank für den Beitrag. Die erste Frage ging ja an mich. Natürlich soll ein Titelbild, also ein Coverbild auf den Hauptartikel hinführen. Und da bemühen wir uns auch. Also wenn wir den Watzmann zeigen, dann werden wir da drinnen jetzt nicht über den Hochkalt die Titelgeschichte bringen. Bitte nicht. Also von daher, das tun wir schon, aber dass das Titelbild bestimmte Träume, dass er, wie gesagt, wachrufen soll oder eben sowas wie da, dort will ich hin, da will ich sein, das ist halt etwas, wo wir die Wünsche unserer Leser auch aufgreifen. Das ist ja nicht so, weil wir das machen, wenn wir das als das schönste Bild sehen, sondern wir haben ein Gespür dafür, wie ein Bild funktioniert und das hat viel mit dem zu tun, was der Jens auch gesagt hat, warum Bilder wie funktionieren, das hat sich nicht viel geändert. Das war vor 150 Jahren vermutlich nicht viel anders, nur dass da Bilder nicht so verbreitet waren und dass es eher dann vielleicht mal eine Zeichnung oder ein Gemälde war. Das andere, dass wir auf Gefahren nicht hinweisen würden, das stimmt nicht. Also wir bringen natürlich jetzt keine Zehnseiten über Murenabgänge, aber wenn etwas passiert und offensichtlich Berge in Bewegung sind wegen Bergstürzen, dass der Permafrostbogen auftaut und so weiter, wir haben Gletschergeschichten gebracht über den Rückgang, was hat das für Folgen, einzelne Hütten, der Altenverein weiß sehr gut darüber zu berichten, müssen zum Teil abgebaut werden, weil die Zugänge nicht mehr da sind, weil sie instabil stehen. Also das sind Themen, die können in einem Bergmagazin und dafür stehe ich auch gerade, dass wir das bringen. Also es wird jetzt nicht der Hauptfokus des Heftes sein, weil nur negativ im Sinne von, und das ist halt negativ, keiner freut sich darüber, wenn die Gletscher zurückgehen, also zumindest kenne ich wenige. Insofern wird immer der größere Teil eines Magazins die schönen Geschichten sein, aber wir haben unseren Auftrag, dass wir über die negativen Zeiten oder Riedberger Horn, da haben wir viel darüber berichtet und waren ganz mit dem Alpenverein, in dem Fall eins, dass das nicht gut wäre. Das ist jetzt die Umwelt, das ist völlig klar. Ich meine, die jetzt in der Zielrichtung war, dass heute viele Leute in die Berge gehen, es ist ja gut, viele Leute in die Berge gehen. Es gehen wieder Mädchengruppen, die wollen auf der Hütte singen, die kennen die Texte nicht, klingt jetzt sehr aktiviert, ist aber so, das würde ich jetzt gerne, weil ich bin eigentlich nicht, vielleicht noch an die Mesi, also es war ja so, eins habe ich herausgehört, Leute können keine Karten mehr lesen, sind auf, aus, ja, ja, gut, ich würde das die Mesi beantworten lassen, in dem Sinne, ist da eine Gefahr drin, dass die Leute nur noch, wenn sie irgendwie ihren Navi haben. Ja, wir hatten ja letztens gerade, also bei uns in Österreich einen Fall auf der RAX, wo zwei Damen sich eben dank einer App komplett verlaufen haben und irgendwie kein Akku, kein Empfang, kein was weiß ich was. Also wir kennen das, dass viele Menschen eben sich überschätzen und die Gefahren unterschätzen. Wir bei, also in unserem Fall bei bergwebten.com, das Heft erscheint ja sechsmal im Jahr, da ist es ein bisschen weniger Thema, da ist Sicherheit ein Randthema, aber bei uns täglich auf dem Online-Portal bringen wir tatsächlich regelmäßig Geschichten, wie zum Beispiel das Berg-Know-how, wo wir dann, ich sage es immer so ein bisschen wie früher, diese Kinderbücher, wer wie was oder wie die hießen, ja, wo wir wirklich tatsächlich banales, alpines Wissen vermitteln, was ist ein Höhenmeter, was sind Lawinenwarnstufen, wie lese ich eine Karte richtig, das sind Dinge, die Menschen einfach zum Teil nicht wissen und sich auch gar nicht trauen, es zu fragen, weil es könnte ja peinlich sein, wenn ich das irgendwie jetzt zugebe, dass ich das nicht weiß. Aber heutzutage kann man doch alles googeln und ein bisschen Intelligenz kann man doch jedem Menschen zutrauen, man muss ihm noch nicht alles im Printmagazin bringen. Also das sind Geschichten, wir bringen die ja auch, weil wir ja auch sehen, dass die Bedürfnisse da sind, weil wenn wir das publizieren, die Leute reinklicken, sich zwei, drei Minuten damit beschäftigen, dann ist ja die Bestätigung da für uns da, dass das ja auch sozusagen das Bedürfnis war, dass der Mensch das braucht, dieses Wissen. und insofern weisen wir da immer wieder auf Gefahren hin, wir bewerten unsere Touren, die wir auf unserem Portal haben, nach der SAC-Skala, wo wirklich Bergführer jede einzelne Tour bewerten nach Machbarkeit und man muss dazu sagen, wir sind halt auch wirklich, wir sind eher die Flachen, bei uns ist ja ganz selten mal ein 4000 dabei, bei uns ist ja wirklich tatsächlich gemütlich. Es waren dann wohl schon auch viel passieren kann, aber noch irgendwie in Gefahrenzonen, die glaube ich zum Teil überschaubar sind. Ich würde auch gerne was sagen, also was man schon beobachten kann, sage ich jetzt mal, sowohl aus der Perspektive Bergrettung als auch aus der Perspektive Bergschule, ist, dass die Leute sehr viel mehr nachfragen und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich nicht, vielleicht mehr, aber ich fühle mich nicht gut dabei zu sagen, das sind die ganzen Dodeln, die in die Berge gehen. Es gibt wirklich viele, die sagen, wir möchten gerne in die Berge gehen, aber wir sind uns klar darüber, dass wir das nicht ohne entsprechendes Know-how und ohne entsprechende Unterstützung können und was ich nicht gedacht hätte, vor allen Dingen, ja, was wir jetzt machen, ist eine Wanderausbildung. Klingt komisch, aber mei, das tut gut. Die Leute sind zufrieden, die lernen was und die gehen nachher wirklich anders raus und das ist ja gescheiter als googeln, glaube ich. Und wir haben ein aufwendiges Selbstcheckverfahren gemacht zur Selbsteinschätzung und es funktioniert nicht, wenn ich noch nie einen Höhenmeter gegangen bin, weiß ich nicht, was ein Höhenmeter ist. Ich muss es tun und ich muss bestimmte Erfahrungen machen, die mich knapp vor das Scheitern bringen, aber halt möglicherweise so, dass mich dann da jemand rausholt. Wir alle sind alpin so sozialisiert worden, nur haben wir es nicht gemerkt. Und quasi diese alpine Sozialisierung ein Stück weit geplant nachholen zu können, das ist durchaus Bedarf und da finde ich die Arroganz gegenüber, die können ja eh alle nichts am Berg und da laufen nur Dodeln rum, nicht richtig klar. Es gibt Zahlen, die eindeutig darauf hinweisen, wir haben zwar keine relativ gesehen Steigerung der Einsatzzahlen, wir haben eine Veränderung der Einsatzarten, das wissen wir alles und da gibt es viel Potenzial. Die Alpenvereine tun viel im Bereich Prävention, aber einfach nur darauf rumschimpfen, das ist arrogant, das sehe ich genau. Eine Frage würde ich noch zulassen, der Axel Klemmer, auch ein Kollege. Axel Klemmer, grüß Gott. Eine Frage habe ich an die Missy Tötschinger. Auf der Seite von Bergwelten kommen sich bei den Partnern Partnerschaften mit den Alpenvereinen in Österreich und mit dem Alpenverein Südtirol. Ich weiß nun auch, dass ihr den deutschen Alpenverein angebaggert habt, der hat euch noch widerstanden. Was erwartet ihr euch denn eigentlich von so einer Partnerschaft mit dem Alpenverein? Entschuldigung, die letzte Frage, also die wesentliche Frage habe ich nicht verstanden akustisch, die Partnerschaft. Was erwartet ihr euch denn von einer Partnerschaft mit dem deutschen Alpenverein? Würdet ihr euch erwarten, wenn ihr denn auch umkippen würde? Na, umkippen würde, um Gottes Willen. Das ist jetzt immer wieder ein bisschen in diesem Red Bull Problem. Also wir kooperieren, also das Medium Bergwelten ist ja tatsächlich jung, es gibt es erst seit vier Jahren, also wir haben noch keine tausend Ausgaben, wie es der Bergsteiger schon geschafft hat, wir sind gerade mal bei 24. Das Medium hat von Anfang an, vom Start weg, mit dem österreichischen Alpenverein kooperiert, logischerweise, weil wie gesagt, uns kennt keiner damals, wir wollen ja irgendwie in den Markt hinein, da muss uns jemand helfen, der in dem Markt sozusagen zu Hause ist. Alpenverein, was haltet ihr davon? Wir würden gerne sozusagen eure Themen irgendwie ebenfalls transportieren und so ist eine sehr gute Österreich-Alpenverein- und Bergweltenkooperation zustande gekommen. Südtirol hat das ebenfalls so gesehen, wir sind froh, wenn wir ein weiteres Medium neben unserem eigenen Medium haben, das unsere Themen aufgreift und wo wir einfach kooperieren. Man muss dazu sagen, die Alpenvereinsmitglieder kriegen das Magazin wohl auch ein bisschen billiger im Abonnement und was erwarten wir uns zum Deutschen Alpenverein? Wir finden einfach, dass wir dieselben Interessen irgendwo vertreten, wir wollen Menschen, ja, sie begleiten, wenn sie in den Bergen sind und da war, also anbaggern, finde ich einen ganz lustigen Ausdruck in dem Zusammenhang, einfach unsere Hand sehr weit ausgestreckt und wir haben ein wunderbares Auskommen, also wir kooperieren auch im Hüttenbereich sehr viel miteinander, aber es gibt keine Unterschrift unter einem, nennen wir es schriftlichen Vertrag oder was auch immer. Okay, gut, ich würde jetzt an der Stelle, weil tatsächlich, wir haben ein bisschen überzogen, aber Rudi hat ja auch ein Einführungskleines Referat gehalten, dass er dachte, ich darf mich abziehen von, also ich würde es jetzt an der Stelle dann beenden. Ich denke, wir hatten eine sehr spannende Diskussion, also erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein durften, also auch ich bedanke mich beim Deutschen Alpenverein und bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften dafür, dass ich das moderieren durfte. Ich bedanke mich vor allem bei meinen drei Podiumsteilnehmern. Es war eine rege Diskussion, wie ich fand und ich hoffe, dass es auch dem Publikum Spaß gemacht hat, dass vielleicht der ein oder andere Erkenntniswert dabei war und die eine oder andere Anregung zum drüber nachdenken. Ja, und nochmal, es ist nicht zu Ende, man kann unten gerne beim Glas Wasser oder Wein eben noch weiter diskutieren, gerne auch mit uns. Jens muss bald zum Bahnhof, aber ich denke, für ein paar Sätze reicht es noch und damit, weiß ich, ob von Ihnen jemand den Abend beenden will, ich darf das, glaube ich, weil ich heute als Chef erkoren wurde, dann sage ich jetzt mal, der offizielle Teil der Podiumsdiskussion ist zu Ende. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns da unten noch. Danke. Danke.